Hallo. Guten Tag. Grüß Gott, die Herrschaften. Was kann und darf ich für Sie tun? Haben Sie noch ein Zimmer frei? Nicht nur eins, sogar nur fünf. Okay, gut. Vielen Dank. Dann lass uns wieder gehen. Wieso das denn, Gottfried? Mein Vater hat immer gesagt, ein Hotel, das in der Saison noch zimmerfrei hat. Kann nicht gut sein. Ja, und jetzt? Jetzt suchen wir uns eins, das voll ist und bestechen in den Fußschiff. Okay. Servus. Grüß Gott, hallo. Habt ihr noch ein Zimmer frei? Ach, das tut mir jetzt leid. Also so mitten unter der Saison da ist natürlich alles belegt. Kann man da vielleicht irgendwas machen? Mann, kann es ja mal probieren. Puh, schwierig. Schaut es jetzt besser aus? Wenn ich die Schwerkugas alle in das große Zimmer stecke, dann wären sie sogar noch doppelt Zimmer frei. Mit Bergblick. Oh, mit Bergblick. Das ist ja zauberhaft. Das nehmen wir. Schön. Das wäre dann Zimmer 9 gleich links runter. Dankeschön. Angenehmen Abend heute. So wollen wir die Lippe haben. Genau. Ja, aber... Bayern Comedy wird unterstützt durch die private Landbrauerei Schönram. Ja, aber...